einen wunderschönen guten namen lässt ihn die freunde das nicht gerne werden möchten jetzt wieder der dj in destiny x2 zu befindet sich diese woche auf der etz auch wenn die polizei besucht keine angst ich mache trotzdem für euch zur er hat dabei lord der wölfe böses viel vor allem im pvp bereich viel zu schnell alle dann haben wir noch die glückshose handfeuerwaffen sind schneller bereit etc dann haben wir noch die hand fest boni beim abwehren von schwertern und dann haben wir noch die braue der wahrheit energiewaffen kills fordern granaten schaden granaten schaden dann gucken wir uns mal die stats an 65 69 sehr gut 64 naja dann haben wir noch die alten waffen die switch ich euch einmal durch damit ihr die perks sehen könnt könnt ihr das video langsam anhalten und slow motion dann könnt ihr jede fähigkeit sehen jede fähigkeit dann haben wir die falke und diese woche mit hüftfeuergriff und die erzählung eines toten mit auskommen das war's in destiny 2 mixur wie gesagt er befindet sich auf der etz wünsche euch noch einen schönen abend bis zum nächsten mal euer dj 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 bis zum nächsten mal euer dj